Was ist das Spiel? What's the time? Was ist das Spiel? Ich denke, wir haben sehr gut angefangen. Aber die Italiener haben einfach hinten raus deutlich besser abgewehrt und ihre Chancen besser verwertet, gerade bei schwierigen Situationen und da müssen wir arbeiten. Also hervorragende Stimmung, ein Kompliment für die Organisation, es hat richtig Spaß gemacht, weil es war volle Hütte. Wir haben wirklich nicht erwartet, es war wie die Finale der World Cup, es war unglaublich.